Ich verstehe das nicht ganz. Das ist die Problematik jetzt wahr. Ich meine, ach, Baby. Dörfen sich die armen Mädchen nie wie ein Bock schminken. Das Atmen fällt immer schwerer. Wie lange noch? Wir arbeiten bisher, Dekon. Oder zumindest sind die auch perfekt ausgerichtet und so. Ein Produkt vor, was man kaufen soll, wenn man das nicht hat. Aber wer sieht denn in Wirklichkeit dann so aus, wie die denn da wären? Was ist das? Was ist das? Isaac, Ellys SOS kommt von weiter drin im Schiff. Aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Senden Sie mir die Koordinaten. Ich sehe nach. Bitte sehr. Und entfernen Sie sich nicht zu weit. Das ist ein Befehl. Mein Gott. Kann ich das Spiel in deine Volk- und Fenster-Modus machen? Eine Art Begräbnis aus. Ihr Exekution. Ähm. Ja. Wie kommen Sie darauf? Ich glaube es nett. Wie es aussieht. Fenster-Wallbild. Danke. Wie läuft das? Die Blutflecken an der Rand sind in Kopfhöhe. Sehr gut. Kein gutes Zeichen. Dann letzter bissl. So Input-Delay ist genau mein Ding. Das ist Upgrade Platin. Ich kann nie zu viel an meinen, wenn der aufgerissen ist. Was ist das? Was ist das wo? Upgrade Platin, ja den. Du die mitnimm. Zu dick. Naja. Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es hochfahre. Guck mal, ich geh mit Runden in ein paar Ställe wei. Doch jetzt. Das war's. Und da ist auch eine Bank im gleichen System. Eine Bank? Mit all den Teilen, die hier herumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen. Gute Idee. Hm. Andernspitze. Startspitze Ja, Netz muss ich jetzt machen Jede Waffe Hä? Ja Können wir einen Rahmen herstellen? Ja, aber nein Safe Eine Safe kann ich immer zeigen Aber Hä? Du hast nur eine Muni Ich lege das Auto einfach drauf Geht nicht so Ich lege das Auto einfach drauf Geht nicht so klein Es leiden mehrere einfach andere Geht nicht so Ich bin ja da war jetzt gerade Kiwi So ist Kiwi? Ja 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 Du weißt aber schon, dass deine Zunge dann ganz pelzig wird Wenn du gierig wärst echt noch eine zweite Und dann wird der Hals pelzig und du versteckst Komm Du wirst immer mindestens vier werden Ja Zwei Jahre Weil deine Zunge da pelzig Ja Ja Ich meine, wer pelzig nur wenn ich gerade drauf denke Ist das normal? Ja Was müssen wir da machen? Ja Was müssen wir da machen? Hallo Ja, ich esse Kiwi, mach doch mal den auf Die Affe ist auch nicht so, dass wir das da drehen müssen Hä? Das packe ich nicht Das ist so Hä? Rude Zugang Ja super, ich packe das Vielleicht hast du das gepackt Was ist das? Was ist das? Das ist ein Leber Nein Brauche Hilfe Hallo Bin ich dort? Was hätte ich denn in das Alter machen? Die haben mich��s absch 1989 Stbru算 Leute. Wir schrecken die Scheiße Ich meine, das Spiel soll lange nicht mit spielen, so sei es nicht für die Steuern. Das haben Sie auch nicht. Sie wurden verwandelt in diese Viecher. Und was machen wir jetzt? Halten Sie Ihre Waffe im Anschlag und bleiben Sie bloß von den Lüft- und Schächen weg. Rücken Sie Ihnen auf die Pelle, schießen Sie auf die Extremität. Verstanden? Haben Sie das verstanden? Ja, okay, okay. Das ist interessant, dann kann ich das nicht helfen, aber... geht. Ach so. Okay. Mit der Leertast tut mir nicht Rolle. Falls Sie sich das nicht vorstellen. Ach, Steuerung. Bist. Bauer. Bauer. Ja, dann drücken wir ein paar mehr Kuh, dann kommt dein Gehle so hart ab. Kuh? Ah, man kann sich heilen, oder was? Ja, wenn jetzt. Ich könnte mich alle nicht voll als du fehlen. Und dann kann ich mich nicht mehr loswerden. Bist du dann zählen, dann macht er den Gehle so hart ab. Der Gehle. Aber wie ist ein bisschen so stark? Wie kann ich so stark wäre? Hallo? Ja, hallo. Das ist wohl kurz doch ein bisschen leiser, Mo. Wenn nämlich. Das ist hier die Tora nicht. Germany's Next Topmodel. Wenn ich so hart die Leiche zerstampfe. Das wäre natürlich schlecht. Ja. Aufgehen. Das ist nämlich ziemlich saftig, wenn man da die Leiche zerstampft. Ja. Das ist ja mal so wein. Wie ist das das? Was soll ich bringen? Wer kommt von überall her? Você kommt von überall her? Fire! Feuer! Ich sag dir Feuer! Eine things? Wo das ist denn der? Wo sind sie? Okay. Oh. Er kommt immer mehr. Wissen du, Bennett. Hör uns, wir haben da die Munition aus! Errichten Sie eine Barrikade! Halten Sie sie noch etwas auf! Ich kreditiere in der Duft, dein Partner ist gestorben. Bist du tot? Aber ich kenne es ab! Ich bin nicht gelacht. Ja. Guck, ich trefft die gar nicht. Hallo? Ja. Jetzt? Okay! Was ist denn? Hallo? Ich bin raus! Ja, guck, was soll ich denn machen? Ich kann nichts machen, ich treffe mich nicht. Ich bin tot! Das ist ein Wunder! Was? Soll ich noch was machen? Wir werden noch umgefasst die ganze Zeit. Was? Ausgeschwindigkeit ist hingestellt wie Brotwurst. Jetzt kann ich nichts machen, was will ich denn da machen? Ich bin gerade von den Resten der Crew begrüßt worden. Was? hallo was machst du nicht das in stelle ja was dann ist mit mir so du ich habe keine dritte schieße ich glaube ich mache gar kein schad, oder was gibt mir mal deine waffe hallo hallo ich nehme mal die schade, gebt mir sie okay Oh, wir haben auch noch eine Füße, ich weiß nicht, dass es nicht gut ist. Ich bin bereit, ich war nur noch nicht. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Feuer, Feuer! Ich sagte Feuer! Wo zum Teufel sind sie? Was ist da an der Übergangsschreiber? Komm ich nicht nur noch. Es kommen immer mehr. Wir kommen nicht nur noch. Feuer, es geht langsam die Munition aus. Errichten Sie eine Barrikade. Halten Sie sie noch etwas auf. Schnell da runter, komm. Schnell da sind wir da mit der Quälerei durch. Oh, drücke halt. Ah. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Hey! 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 Hah! Ah! 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 Oh! Aah! Ah! 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 Norden, sind Sie da? Ja, ja, ich bin hier. Das sollte Sie erst mal aufhalten. Gut. Das SOS kommt von irgendwo direkt über mir. Und ich glaube, ich habe den Hauptgenerator des Schiffs gefunden. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, sollte sich der Übergang für Sie öffnen. Was ist mit Ihnen? Hier gibt es einen Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an ehrlich Koordinat. Was? Mit Gang oder was? Warum nicht? Was machen wir? Was ist denn da? Ich glaube nicht ohne. Ja. Halt es mal ordentlich nur ohne. Hä? Halt es mal ordentlich nur ohne. Ja, das war ganz ohne. Das hat aufgetötzt. Aber da passiert nichts. Ach so, da muss ich nicht zitteren. Da zieht es der hier oder was? Ja, ich habe gerade eben. So, das ist ein Bogen. Oh, der hat sich verwandelt. Der war nicht tot. Warum nicht? Kann ich wieder mitmachen? Der hat doch mal eine Leuchtung. Was ist das denn? Ich hätte noch mitgemacht. Bin ich tot. Ich glaube halt, dass du dich nicht aufgestrengt hast und dann... Hey, Mann, das. Oh, du hast es nicht gedreht. Hey, Mann, du hast es nicht gedreht. Ja, der ist schon innen. Wenn du nicht mal an der Kopf schießt, das macht ihm nichts. Aber wenn du eine Spalte abschließt, ist er tot. Ich denke, du hast es nicht gedreht. Du hast nicht gedreht, dein Kopf. Hm? Du hast nicht gedreht, dein Kopf. Du hast nicht gedreht. Du hast nicht gedreht. Wir sind zu Hause! Ich fühle noch hilfe! Ich habe ihn so viel gebaut! Ich habe ihn so viel gebaut. Was ist denn los? Nehmt es mir noch mal Ich bache es mir wieder eine ohne und jetzt macht er nichts zu gehen Das kann man ja wissen Ich bin in den Letz instead So aktivieren, misskalten, ah, wir sind zu zwett. Wie muss das so laut sein? Wie soll ich es auf 0% stellen? Dann ist alles noch so laut. Hey, wir haben es ab. Der Übergang hat sich gerade geöffnet. Ist auf 30%? Hallo? Hallo. Ach so, dann muss man jeder Balken runter. Ach du Scheiße. Ich klicke mit den Ochsen, ja. Fehler? Oh, Fehler. Ich bin dort. Ich bin dort. Ich bin dort. Ist das da? Oh. Was? Was ist denn? Also muss ich mal... Was? In Bearbeitung. Dein Ticket in Bearbeitung. Ich bin dort. 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 Ich bin da. Das ist ein. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Überall an die Wände Marker symbolisch. Die Antworten sind da drin echt weißig. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlasst Isaac das Übersetz. Wir gehen jetzt! Ich helfe Buckle, du's Handlos! Und los! Ich bin recht mit auf. Was dann, Bennett? Was ist los? Die retten die ganze Zeit wahrscheinlich. Und was geht's denn da? Was ist denn passiert? Hallo? Hallo! Sie hat mich wegen Elliot im Kappen sagen. So ein Kind erzählt. Niemandem schiert ihr Liebesleben Markerboy. Das ist alles voller Muni, Bennett. Alles voller Muni. Scheiße, Leute, Muni. Oh, dann brauchst du. Schießt uns doch alles. So Leute, Plasma kehren irgendwo. Klasse, Mann. Ja, man. Ja, brauchst du dann noch. Weiß ich Bescheid. Weiß ich nicht. Man kann nie Munizieren aufheben, weil es immer voll ist. Ähm, müssen wir nicht da? Ah, nein. Hä? Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Man ist nervöser. Warte auf Partner. Tja. Also Norton, ja? Das ging ja schnell. Das Ende der Welt steht bevor und du denkst nur an uns? Verdammt richtig. Ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Hey, dafür hab ich bezahlt. Oder fehlest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Isaac, hier geht's um Leben und Tod. Ohne deine Hilfe sind wir geliefert. Also? Als ob ich ne Wahl hätte. Perfekt. Und jetzt? Ja. Macht er dir die auf? Verhängen? F***. F***. Ah, da. Wieder ein Moschrotter Kähler. Kähl, 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 kähl. Von ... Kähl. Kähl. Kähl, kähl. F***. Oh, puro! Jph,?」 Jph! Oh, ja, ja. Jph, ich habe ihn mit. Jph, ich habe ihn mit. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Du spielst von Meins bis aufends nichts anderes als... ...Gvela 3 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Folk of Magic Legends Schaumst nicht mit ...WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Banns Folk man jetzt schon spücher doods Machen wir uns nix vor Magic Legends hat kein Multiplayer mit den komischen rifts da gell der multiplayer ist halt das ich weiß nicht ob man das open world nennen darf aber wäre open world rumlaufen modipleer Jetzt. Was muss man machen? Deaktivieren. Geil. Klasse. Das waren auch noch mal 2% Progres vor mir hinaus. Ich denke nur bei 20% Quälen müsste mir jetzt schon sein. Oh mein Gott. Ich habe Visionen, lass mich doch Narbe fressen. Okay. Ehrlich. Der Admiral war besessen davon, einen Schlüssel herzustellen. Einen Schlüssel? Wofür? Hey, ein Schlüssel wofür? Für irgendeine Alien-Apparatur. Eine Maschine. Sie glaubte wohl, dass sie die Marker steuert. Oh mein Gott. Sie wollte sie abschalten. Das schrieb sie immer wieder. Wie ein Mantra. Oder Anweisungen. Genau danach haben wir doch gesucht. Das ist nicht irgendein Planet, Eirik. Sie haben die Quelle gefunden. Die Heimat der Marker. Der Teufel soll mich holen. Und der Marker. Okay. Wir sagen nun im Kontrollraum. Von dort aus planen wir unseren nächsten Schritt. Kommen Sie zu sich. Was jetzt lag? Hallo. Was denn sonst? Fallout 76. Was denn das? Verdammt, Arturi. Ich setze oben auf diesem Eiswürfel, das Leben von vielen kasseren Männern und Frauen ausspielen. Soldaten, die im Krieg zu Hause kämpfen können. Würde mir jetzt bitte mal jemand erklären, wonach wir überhaupt sind? Wir suchen nach Hoffnung, General. Backel hier. Wir haben ein schrottreifes Transportshuttle namens Crozier aufgespielt. Wenn wir es wieder flott kriegen, schaffen wir es damit vielleicht zur Planetenoberfläche. Das ist einfach ein Aufzugsimulator. Wenn wir die Marker nicht stoppen, gibt es nichts mehr, wohin wir zurück könnten. So oder so scheint das Shuttle unsere einzige Chance zu sein. Wo ist es? Im größten Schiff der Flotte. Mir sagt ja auch nicht, dass ich das nicht gespielt habe. Aber ich dumm treu ist das schon ein bisschen. Wir müssen eine Möglichkeit gehabt haben, zwischen den Schiffen zu pendeln. Wenn sie sich gedenkt haben, nennen wir das A3, dann wird es gut. Bin ich noch da? Ja ich bin noch da, aber ich denke, dass das da älter ist wie Doom 3. So hat er wohl Doom gesagt mit einem A3, der uns besser verspannert. Ja, hat geklappt. Bei mir fahrt der da Karussell. Bei mir, ja bei mir auch. Ist stark. Boah. Boah. Da waren wir doch schon, Bennet. Aber Baby, Bennet. Wir müssen durch. Man versuchte den Marker zu replizieren. In der Hoffnung, seine Technologie zu verstehen und dabei endlos Energie für uns zu generieren. Stellen Sie sich unsere Überraschung vor. Als wir entdeckten, dass er keine Energie produzierte, sondern solche empfing. Und zwar Überträgerwellen aus den Tiefen des Alls. Die Triangulation dieses Markersignals offenbarte einen unentdeckten Planeten, den wir nun als Tau Volantes kennen. Wir hoffen die Quelle des Signals zu finden und die Energie für uns zu nutzen. Ein Erfolg würde eine bessere Zukunft bedeuten. Für uns alle. General, danke für Ihre Zeit. Hm. Oh Leute, ein bisschen kreisch. Also. Der Monitor ist dreckig und jemand hat mit der Hände Lüge draufgeschrieben. Oh, was, hä? Ja. Der Monitor ist dreckig und hat mit der Hände Lüge draufgeschrieben. Oh, naja, stimmt. Sie kennen es sogar. Kann doch was. Ja, das zeigt ja, weil ich gut gespielt habe. Deine Lüge draufgeschrieben. Ich habe einschlники verankert. Ja, das ist sicher, wann ich deutlich tun habe. Ich habe auch die Hände. Ja, das ist sicher. Das ist sicher. Ich habe es gemacht. Ja, das ist sicher. Ich habe es geschafft. Es gibt keine Opa, die Schwank nicht. Warten, aber was soll ich denn warten? Wer sind die? Die kenn ich Kennst du ja Und jetzt holen wir uns das Shuttle, damit wir endlich heimkommen Die KDB Verstattung... Scheint jetzt cool zu sein, weil es jeder hat Das ist die Anzugsstation Rigg an Mordy Dann hätte ich wieder anzug Rigg Anzug wechseln Hey Das darf ich nie an der Rigg Na hallo? Oh, warum kann ich nicht an das Scheiß Ding? Achso, Alter, man kann ja hauen Wenn du nicht rechtsklicken hast, kann ich ja hauen Klasse Ähm, hallo? Ich hab da nur den Eva Anzug Hallo Hast du noch mehr gehabt? Ja Was ist? Der Eva und den anderen Special Force Achso, ich hab nur den Eva anzug Hallo, Bennet, hast du den... Bennet Was ist das? Rigg upgrade Rigg upgrade Rigg und Mordy Wie hab ich kein Geld? Vielleicht, weil ich die ganze Zeit die Sachen nicht aufkomm' hab Ich hab auch kein Geld, aber Ich hab kein Abzug Schätzbeter Wenn ich kein Geld haben Wie viel Geld hast du schon? Na ja Ohne jetzt eine konkrete Zahl zu nennen Dass du da ein Bild machen kannst Ich hab ihn auch da investiert Da das kontinuierlich noch aufballert Bin ich also reich Ja Kontinuierlich noch aufballert Wird's ja nicht grad noch ohneballer Aber es ist 595 Cent Und es ist... geht ungebremst noch Ja Ungebremst Ja Ja Baby, Bennet Da müssen wir nie... Ja Bennet Ja 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 Ich hab dich aus der Aue verloren Ja Du musst einfach B-Trickern, dann weiß ich wo ich hingehe Öffnet Geöffnet Geöffnet Hä? Ja Ich geh mal nicht Ja 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 Hallo Bist du nicht drin? Doch, sitzt du nicht da? Ja Ja Das ist nicht, was soll ich denn machen? Das ist ein Pfeil Teranova Ja Alter Teranova Das sieht aus wie Brotwurstschiff Das flimmer mit dem Teranova Brotwurstschiff Boah, willst du den Pilot? Ja Das sieht ziemlich kacke aus aus der Beifahrer Perspektive Dichter wo du geh? Das ist immer so, meine beide Hände sind nicht ein Maus oder eine Tastatur Warum nicht? So gut bin ich Warum nicht? Warum nicht? Und jetzt kann ich aussteigen? Wie kommt man da raus? Ich will da raus, lass mich raus Ich bin in der Teranova In welcher Richtung ist das Shuttle? Santos, Sie haben die gespeicherten Aufzeichnungen gefunden Was steht drin? Nur dass das Shuttle außer Betrieb war Sie wollten es aufschlagen So gut, ich weiß niemand was zu tun Lea Dann ist das nur Lea Es muss irgendwo noch detailliertere Aufzeichnungen geben Ich seh mich mal im Schiff um Bei einer Dose schwerer Standardraume, klasse Scheiße Boah, da ist gar nichts Boah, da ist gar nichts Boah, da ist gar nichts Boah, da ist Aktivieren, komm Bernhard, jetzt geh ich mal da drauf Anzug wechseln Ich hab keiner Hab keiner Ich hab keiner Aufzugsimulator Da müssen wir nicht hin, eins oder zwei Ja Oh, Bernhard Hallo? Ja Was hast denn du gedrückt? Nix Was hast denn du gedrückt? Ja Achtung, Energiereserven sind auf Stand-by Frachtfunktionen sind auf Stand-by Offline Verriegelt Kleines Deaths-Upgrade-Plantine in Vendafol Vergeben Vergeben Was war denn das? Ähm Was ist mit dir jetzt passiert? Nein, lass mich nochmal Achso, scheiße, ich will jetzt nicht Achso, lass dich Hey, hopp Achso, scheiße Hey, dass ich lass es kaputt gehen, dass du es nochmal machen kannst Ich hab keine Angst Achso, scheiße Ich hab keinen Angst Achso, scheiße Achso, scheiße Es ist noch nicht sicher, ob ich das da richtig mache. Lass ihn mir hin, dass er schon gut gemacht wird. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt, wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Na klar, das kriegen wir hin. Halt der Banner. Halt der Sierra Super 3D-Pinball, oder wie das heißt, gespielt. Pin was? Das 3D-Pinball von Sierra. Na. Lebermann, ey. Das habe ich schon hunderte Stunden gespielt. Kann nicht Sinn. Hat es gebatscht. Das war noch Zeit. Wieder hat es cool. Jetzt der Chineser ein. Genau, weil ich will von dort. Oh. Chineser. Ist das nicht die Deutsche? Nur der Chineser halt. Die Chinesen. Ja. So, wie traurig. Jetzt. So, wie traurig. Dein Hux. Warum bist du so stark? Ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht so stark wie du. Das ist ein ganz schweres Schäfz. So, wie wie... Hilfe! Äh, quälprozenten wir schon an jetzt. Oho. Mach's den doch. Uuuuuh. Uuuuuh. Ah. Verdammt, helfen Sie mir hoch! Ich bin lecker. Ich bin eh, du bist tot. Du bist noch da? Ja, ich hieß. Ich hab kurz gedacht, du wärst versteckt. Anderer Kiwi. Ha, ja, nä. Ich bin schon mal gelohnt. Ja, aber die Novi können nicht kommen. Ich kann nicht gucken. Du hast keine Luft mehr kriegen. Ohne Rechtsklick kannst du ja hauen. Weiß zwar nicht, ob das gut ist, aber du kannst es. Was? Ohne Rechtsklick und dann Linksklick, dann kannst du ja hauen. Okay. Ich hoffe, die Tore hat der Filzstift parat. Falls du gleich am Verstecken bist, muss ich dann nämlich den in die Kehl rammen, damit die Luft rauskommt. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Hallo. Oh, ich bin ja mit der Hand kaputt. Geheh.. Keinertal, mach es te lau rei, auf, kein Hinz? Keinertal, ich hab.. Au! 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 Dann trink mir ein paar Mal Kuhn alleine. Wieso ein paar Mal? Ein Mal bin ich nicht voll. Du weißt doch, wie das ist. Ich bunker lieber das Zeug. Trink einfach ein paar Mal Kuhn. Richtig die ganze Luft, dass man davon ist. Ich hab zweimal gedrückt. Ich hab dreimal gedrückt. Vier Mal! Wieso? Ich hab zu farmen schon, ist der ganze da und dann ist er immer weg. Ich hab gefahr. Ah ja, ist doch so. Das leidend auch. Siehst du das? Du saßt hin. Das link geht wieder runter. Ein harter Sucher-Bot. Könnte doch nützlich sein. Was denn das jetzt? Drücke 3. Ich hab drei gedrückt. Ich hab drei gedrückt. Oh, der sucht den auf dir. Der läuft da. Ich hab acht, dass du machst. Ich hab das Ding geschossen in deiner Hand! War das okay so? Nein. Ich dachte, du wolltest das so. Nein. Oh, du möchtest die Kehl! Ich will einfach nur in Ruhe gequält werden. Da läuft noch der Gewege. Lass ihn doch. Der hat mehr Angst vor dir als du vor ihm. Nein, hat er nicht. Wann? Bin ich tot? Kann ich mich beleben? Ja. 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 Du bist so. Oh, 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 oh. was wissen hilfe was war hallo finger weg von der bank da kannst du mal was machen da waren lauterlänge Zecke, das stehert mal 5 Stunden Lass mal Kernen, boah, er legt Tesla Kernen, wir haben einen Baum unter der Tesla Kernen hin ich boller schon lange, steht er vor oh mein lieber Mann, geht die dir nicht auf, weil das kein Spass macht ja, die kannst doch kein Spass machen warte auf Partner steht er, ja, wenn er nicht kommt, kann ich lange warten du kannst ja auf den Bank Geld zählen lieber Mann Geld hast denn du, das ähm, nicht spart du irgendwelche Kerne hin ja, aber nicht, komm her komm ich dir ja nicht aus joo, komm her machen du jetzt noch den letzten Bus, da haben wir den Spass durch hohohohohoho auf geht's hohohoho ja, ja ja ja, bitte wenn ich irgendwie weiterhelfe oh, der ist dick bäuschig, der platzt, stimmt der ist sehr innovativ, das haben sie aus D3 geklaut bene die o o o o ho, 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 ho ho. ja Ja, Alter, boah! Muss noch mal machen. Das ist einfach weg. Ich denke, der Trick ist nicht auf den Bauch zu schießen. Oh, ich weiß nicht, das ist einfach nur ein Modler. Das ist auch gut. Hm. Wo? Ich brauche Hilfe! Hallo. Hallo. Hilfe. Hallo. Ich versuchs. Hallo. Hallo? Hallo? Du Stasenstation. Wir können mal Stasen benutzen. Benutzt du nie Stasen? Ja, hab ich noch nie genommen. Ich weiss die Tasche dabei. Die Tasche vergesst. Die weiß ich auch nicht. Benutzt, lass ich mal kurz das ausprobieren. Oh. Ich dachte, der will schon der volle Niekapp. Aber das geht gar nicht. Er dreht sich. Keine Ahnung. Der Roch scheint schlecht damit zu sein. Ich meine nicht. Das ist natürlich fair. Ja, ich hab eh wenig gebaut. Mhm. Das ist fair. Ja, das ist fair. Wie du das auch kannst. Warum zapp ich mit dem sein Kopf so? Weil die Programmierrechtsarten, das wäre cool. Aber der lebt noch, oder? Oder nicht? Nein. Ist einfach nur cool. Ja. Gönnig die Energy, trink Rain. R-E-I-G-M. Das habe ich dich schon mal geführt, jetzt wo ich durchkomme. Ich hab mir schon gesagt, hab ich schon gesagt, trink ich Melan, hast du gesagt, Sauerappel. Ich hab schon gesagt, dass das aus einem Spiel wäre. So, ja. Sehr gut. Nein. Äh. Dann hab ich gesagt, das war ganz schön dein. Dann hab ich gesagt, nein. Das war von allen eigentlich sehr in dem Morgenboot. Ich hab mir ein Paar mitgenommen. Dann hab ich gesagt, ein Paar sind aber zwei. Kann er denn nicht weg? Hallo? Kann er denn nicht weg? Wieso will ich denn weg? Wo will ich denn hin? Was ist denn eigentlich so? Wo? Wie machst du das? Wie kannst du ihn denn nicht raus? Hallo? Wie kannst du ihn denn nicht ab? Ich hab eine Frage. Kannst du mir helfen? Nee. Das ist ja Hilfe. Hallo? Die reisen in die Käthe, aber die kann nichts machen. Danke für die Hilfe. Danke für die Hilfe. Klasse. War echt gut. Bis sie mich gequält haben. Das war toll. Dann haben wir komplett von vorne. Okay. Ich will mal alles nochmal machen. Ich will mal alles nochmal machen. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen. Bist du noch da? Kannst du sie wegräumen? Ja, ich bin noch da. Was ist denn das da ist ja? Statt hier. Na ja, du ladst du dein Ziel kostenlos auf. Das musst du ihn da machen wieder. Oh nein, ich kann nicht mehr helfen. Was ist denn das? Du bist sofort dran. Nee. Äh. Benna, was muss man denn machen? Hä? Hilfe! 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 Ohohohoho. Walter, mein Oberh… Mein Oberkörper barb! ểnken Ja, lach schon, weil der Mensch ist witzig, aber das ist gar nicht witzig. Weil die Tora so, oh, und die Oberhälfte von meinem Körper war einfach weg. Finde ich nicht, nicht noch mal dran. Was ist denn nicht? Kannst du sie wegräumen? Einer muss es machen. Nein, ich kann nicht sehen. Wenn ich es mache, packen wir es nicht. Machst du es jetzt? Ja, jetzt sicher. Kann nicht sehen. Du weißt gar nicht, was man da machen muss. Gar nicht, ich habe es nicht hinkriegt. Ja, warum kommt denn da jetzt keiner? Wo geht denn da? Bist du schon dran? Ja, ah ja, weil ich drauf bin. Ich kann nicht mehr, schießt er langsam. Ich kann nicht mehr, schießt er, schießt er, schießt er, schießt er, schießt er, schießt er. Sie müssen mir helfen. Was ist denn da dran? Ben, hat jetzt jeder von sich? Ben, was? Was weiß ich nicht? Oh. Hallo? Ich kann nichts machen. Ich glaube, weil ich es auf dem Ruhmach. Ach so. Ich glaube, wie will ich das packen? Da kommt so viel. Ja, aber ich weiß jetzt, wie man das macht. Also von daher, packen wir es jetzt. Bist du so weit? Ich bin schon mal da. Ich bin nicht so weit. Ander kommt sofort in den. Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Ruhmach. Ja, ich darf ich immer. Ich komme langsam. Aber alles zu weit habe ich auch. Bleib am Ball, bleib am Ball. Und da kommt noch ein Viertes. Ich habe vier Stück gemacht. Also gäbe es mindestens fünf. Wie kann das sein? Das ist praktisch auch allein. Ah ja, jetzt mache ich es noch schneller. Okay. Ich sehe das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufenbrach. Ich habe den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich ja. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der Achtern Sektion. Das ist dem egal. Weißt du, die Waffe, die ich so gebaut habe, ist nicht gut. Das ist ein bisschen um. Ja. Oh, ich bin wieder hoch. 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 Hm. Das ist der Beinart. Weißer, kräften Sie mir. Oh, ich bin dort schon. Okay. Geh, ne, duf. Ja. Heiß. Oh, komm. Okay, ich bin da drauf. Oder was? Ja, super. Ist das verpackt, weil ich gestorben bin? Oder was? Ja, super. Was weiß nicht. Kann man doch nicht an der Maschinenlitter weg, wenn man mal drauf war? Die normal sind. Lass ich mal kurz nur was bauen. Ich glaube, meine Waffe so habe ich nicht. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich es schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der Achtern Sektion. Ich will aber keinen Hup. Ich will aber keinen Hup. Ich will Language. Ich will quite Juntes. Liebe. Du musst halt eigentlich einfach nur stehen. Und für... Ah, du untersieht man es, aber SIN 5. Sondern ein zweiter Pack. Ja, ich weiß nicht wie es die Waffe geht, dass es so ist wie vorher. Ja, klasse. Hm? Guter Run, drei Stückchen. Hier? Oh, der ist ein 6. Alter, was soll ich denn machen? Ich schieb die Hände nicht umfuf dich zu, Serene. Scheiße, so gut wird es nie wieder werden. Oh, das hat nicht gespeichert die Waffe, die ich gebaut habe. Boah, heu drauf. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich es schaffen. Ich habe dir nichts gedacht. Oh, einer. Gehen auf mich. Boah, guter Run. Ich bleib am Ball. Nein, das ist überhaupt nicht gut. Hier nicht auf die Phase. Ich glaube, das letzte kommt. Ja, das letzte kommt. Ich bin hier raus. Nein. Ich bin getroffen. Boah, ich habe dich gelockt und mich gelockt. Ja, mal lieber Mann. Okay, ich sehe das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen zu haben, dass er auf den Fienen vergessen hat. Kannst du sie wegräumen? Ich kann dich schärfen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Hallo? Oh, der wird bis in der Nollade. Ach, schau. Ich bin der letzte kommt. Ich bleib am Ball jetzt. Ja, ja. Ich bin frei. Du bist weg. Schade. Kaustion. was ist denn der kotzt mal in den mund aber was konnte ich machen da hat gestanden ich soll eh trinken ich habe eh gehämmert ja manchmal bin ich einfach tot da hab ich ne paar mal passieren ach so aber mehr ans kreaks oder? hab ich den mund kotze ja komm ne ne da oh ja das säure macht säure keller er ist mit hilfe hier drüben oh mund kotze mund kotze oh ne süß wie er da in den mund kotze alter ob so ob so mächtiger mund kotze Achtung Frachtfehler in Bucht 4 Isolierungsstörung registriert biologische Anomatenverhandlungen beherent im jesus ich u sind am f im Was ist das? Was ich vorhin gemacht habe, ist wieder einfach so weg Ja Oh, ich weiß aber nicht mehr, was Was ist das? Bestätigen? Ja, ja, bestätigen Was hat er jetzt alles gemacht? Kleine Rotflinte Standardisch, Rotflinte Bauen aus Plänen Waffen Upgrades Ja, für die Waffe, da hat mir all... Halt, okay, zeig! Ah, du kannst... Ne, ne, du kannst, ähm... Ähm... Wenn man... Äh... Du musst oberes Tool und unteres Tool, kannst du was anderes reinmachen Bei was? Bei deiner Scheiße, also? Ja, also quasi... Ah, die Waffen sind theoretisch auch was ganz anderes Kann ich zum Beispiel an... An die Uzi, wo du hast Kann ich quasi auseinanderbauen und kannst du unten bei Rahmen, kannst du zum Beispiel Anstatt ein kompakter Rahmen, anstatt so ein Mini-Uzi Kann ich ein schwerer Standard-Rahmen drabbauen und dann wird's anscheinend so... Ähm... Am M4 oder was? Probier ich jetzt mal raus Ah, ne, das ist dann so... Äh... Gut So, Single-Schuss-Ding Oder wie man das nennt Das ist... Ja, aber ich hab doch ne, äh, kein andere Tool Also ich hab hier nur eine Tool, ich hab hier nur eine Tool, ich hab hier nur eine Tool, ich hab hier auch... Pfff... 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 Hm... Pfff... 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 Wer ist nicht in Wellendead Space, weiß ich, erinnert mich so ganz dunkel, dass ein Nachlpistohl das allerunfährste war, aber sowas kann man nicht bauen. Juch, hat leid nicht, ja. Auf, zurück ist kaputt. Auf, zurück ist kaputt. Der Aufzug ist kaputt. Ja, ja, süß. Wenn er nicht link geht, geht vorwärts. Wärtswannschalb sind, ja, Euro. Ehh, echt so dumm. Ich kann nicht gut, geht jetzt nix gut. Okay, wer das hier sieht, sollte aufpassen. Wir können mit Chemise Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschalten. Sehen Sie, sehen Sie. Ich habe diesen Trick schon drei Stunden überlebt. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Wer denn das? Ja, hallo. Ja. Ja, hallo. Ja. Ja, hallo. Ja. Ja, helft ihr mir! ja ich so oh 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 Die Bär abschliessen? Oh ja. Wie ist die Bär? Ja, dann kommt ein Witz hoch. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Bitte haben Sie Geduld. Willst du Witz? Hau da, mein Minis mehr. Oh nein. Ja. Alter. Was ist denn so hoch? Habe ich dich belebt? Ja. Ja. Nee, stimmt. Du sterbst schon. Mit am Schluss kein Muni mehr. Ja. Keine Waffen dann spürt die Batscht. Doch. Oh, der weiß. Ja. Da gibt es wirklich die Batsche. Ja. Ja, da gibt's mein Minis. Ja, ich hab's ja gesagt gar nicht. Ja, ich hab's ja gesagt gar nicht. Grüß dich mal so. Sie kommen aber nach Xing Zero. Du musst nur durch den Macheln, ich hab's gemacht. Die hora ist noch dark, aber vor der Opposition. Was soll ich denn da machen, wenn ich kein Munitionen nix hab? Ja. Äh, Alter. Hier rennt schon das Fino, ist das normal? Ja, was soll ich denn machen? Uuuh. Was mehr? Uuuh. Uuuh. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Bitte haben Sie Geduld. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Brauch'n Hilfe? Nee! Nee, Bennett! Nee! Boah. Komm'n denn? Wir fahren. Oh, nee, in der Mittelstation. Uff. Gott, ich hasse diese Dinger. Kann man's dann bis auf die Weile lösen? Hä? Ist bestimmt nicht? Weiß auch. Und der hat alles nicht so. Das Schattel ist in der Aftan-Station geparkt. Und was ist mit der Mittelstation? Da ist der Kommandoturm. Hey, da ist der Mittelstation. Das ist ein Fettigweißer. Ja, das ist ein Fettigweißer. Ja, das ist ein Fettigweißer oder eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien. Nur wenn der Geschäftdücher aber jetzt nicht. Oder eine Lieutenant-Hacker Edward aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Danke. Wenn ich's mehr ansehe, lass ich es Sie wissen. Nächster Halt. Kommandoturm. Was denkst du, was das Quellbarometer sagt? Was? Das Quellbarometer, was das sagt. Was denkst du? Das Quellbarometer? Ja. Ja, von mir aus können wir jetzt Schichten machen. Ich wollte wissen, wie viel Quellprozent machen. Ähm, das weiß ich nicht. Sieht man das irgendwo? Erfolge? Ja, im Menü wahrscheinlich. Müsste ich dich rausschmeißen? Ja. 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 Ja, Hopp. Das Quellbarometer langsam. Achso. Ah, ne. Das Kapitel. Kapitel 5 haben wir 16,2%. Wir sind Kapitel 4 durch. Ähm. So, das sind ja alles mögliche an Sachen sammeln. Pff. Pff. Uuh. Wenn jetzt. Plan. Ja, im Hauptmenü hat das doch vorhin gestanden, wenn du Quell mal hast. Ich bin nicht im Hauptmenü. Bist du im Hauptmenü? Nein. Dann gehen wir ins Hauptmenü übernetzt. Ah, zack. Halt ich. Speicher schon. Ja. Ähm. Dann machen wir mal nochmal. Wieso? Ähm. Ich weiß nicht, wo sieht man das? Ah, ja. Das ist schon im Hauptmenü noch einmal ins Zurück. Ah, ja. Gar nicht. Aber das geht gar nicht. Ja, bei mir ist das Spiel einfach zugepatscht. Also. 17,6%. Hehehe. Äh. Weil. Es fühlt sich auch, als wäre ich so mächtig gequält vor. Es hat sich so nur 40% Quäler auch gefühlt. Das ist so komisch. Äh, ne. Wir haben ja noch nichts. Wir haben doch gar keine Waffe und nichts.